Jean-Paul, Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Ich lag einmal an einem Sommerabende vor der Sonne auf einem Berge und entschlief. Da träumte mir, ich erwachte auf dem Gottesacker. Die abrollenden Räder der Turmuhr, die elf Uhr schlug, hatten mich erweckt. Ich suchte im ausgelehrten Nachthimmel die Sonne, weil ich glaubte, eine Sonnenfinsternis verhülle sie mit dem Mond. Alle Gräber waren aufgetan, und die eisernen Türen des Gebeinhauses gingen unter unsichtbaren Händen auf und zu. An den Mauern flogen Schatten, die niemand warf, und andere Schatten gingen aufrecht in der bloßen Luft. In den offenen Särgen schlief nichts mehr als die Kinder. Am Himmel hing in großen Falten bloß ein grauer, schwüler Nebel, den ein Riesenschatten wie ein Netz immer näher, enger und heißer hereinzog. Über mir hörte ich den fernen Fall der Lawinen, unter mir den ersten Tritt eines unermesslichen Erdbebens. Die Kirche schwankte auf und nieder von zwei unaufhörlichen Misstönen, die in ihr miteinander kämpften und vergeblich zu einem Wohllaut zusammenfließen wollten. Zuweilen hüpfte an ihren Fenstern ein grauer Schimmer hinan, und unter dem Schimmer lief das Blei und das Eisen zerschmolzen nieder. Das Netz des Nebels und die schwankende Erde rückten mich in den Tempel, vor dessen Tore in zwei Gifthecken zwei Basilisken funkelnd brüteten. Ich ging durch unbekannte Schatten, denen alte Jahrhunderte aufgedrückt waren. Alle Schatten standen um den Altar, und allen zitterte und schlug statt des Herzens die Brust. Nur ein Toter, der erst in der Kirche begraben worden war, lag noch auf seinen Kissen ohne eine zitternde Brust, und auf seinem lächelnden Angesicht stand ein glücklicher Traum. Aber da ein Lebendiger hineintrat, erwachte er und lächelte nicht mehr. Er schlug mühsam ziehend das schwere Augenlid auf, aber innen lag kein Auge, und in der schlagenden Brust war statt des Herzens eine Wunde. Er hob die Hände empor und faltete sie zu einem Gebete, aber die Arme verlängerten sich und lösten sich ab, und die Hände fielen gefaltet hinweg. Oben am Kirchengewölbe stand das Zifferblatt der Ewigkeit, auf dem keine Zahl erschien und das sein eigener Zeiger war. Nur ein schwarzer Finger zeigte darauf, und die Toten wollten die Zeit darauf sehen. Jetzt so sank eine hohe, edle Gestalt mit einem unvergleichlichen Schmerz aus der Höhe auf den Altar hernieder, und alle Toten riefen, »Christus ist kein Gott!« Er antwortete, »Es ist keiner!« Der ganze Schatten jedes Toten erbebte, nicht bloß die Brust allein, und einer um den anderen wurde durch das Zittern zertrennt. Christus fuhr fort. Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch all die Wüsten des Himmels, aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein seine Schatten wirft, und schaute in den Abgrund und rief, »Vater, wo bist du?« Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus Wesen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt nach dem göttlichen Auge, stachte sie mich mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle an, und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wiederkeute sich. »Schreiet fort, Misstöne! Zerschreiet die Schatten! Denn er ist nicht!« Die entfärbten Schatten zerflatterten wie weißer Dunst, den der Frost gestaltet, im warmen Hauche zerrinnt, und alles wurde leer. Da kamen schrecklich für das Herz die gestorbenen Kinder, die im Gottesacker erwacht waren, in den Tempel und warfen sich vor die hohe Gestalt am Altare und sagten, »Jesus, haben wir keinen Vater?« Und er antwortete mit strömenden Tränen, »Wir sind alle Waisen, ich und ihr. Wir sind ohne Vater.« Da kreischten die Misstöne heftiger, die zitternden Tempelmauern rückten auseinander, und der Tempel und die Kinder sanken unter, und die ganze Erde und die Sonne sanken nach, und das ganze Weltgebäude sank mit Unermesslichkeit vor uns vorbei. Und oben am Gipfel der unermesslichen Natur stand Christus und schaute in das mit tausend Sonnen durchbrochene Weltgebäude herab, gleichsam in das in die ewige Nacht gewühlte Bergwerk, in dem die Sonnen wie Grubenlichter und die Milchstraßen wie Silberadern gehen. Und als Christus das reibende Gedränge der Welten, den Fackeltanz der himmlischen Irrlichter und die Korallenbänke schlagender Herzen sah, und als er sah, wie eine Weltkugel um die andere ihre glimmenden Seelen auf das Totenmeer ausschüttete, wie eine Wasserkugel schwimmende Lichter auf die Welle streute, so hob er groß wie der Höchste Endliche die Augen empor gegen das Nichts und gegen die leere Unermesslichkeit und sagte »Starres, stummes Nichts, kalte, ewige Notwendigkeit, wahnsinniger Zufall, kennt ihr das unter euch? Wann zerschlagt ihr das Gebäude und mich? Zufall, weißt du selber, wenn du mit Orkanen durch das Sternenschneegestöber schreitest und eine Sonne um die andere auswehst und wenn der funkelnde Tau der Gestirne ausblinkt, indem du vorübergehst. Wie ist jeder so allein in der weiten Leichengruft des Alles? Ich bin nur neben mir, O Vater! O Vater, wo ist deine unendliche Brust, dass ich an ihr ruhe? Ach, wenn jedes Ich sein eigener Vater und Schöpfer ist, warum kann es nicht auch sein eigener Würgeengel sein? Ist das neben mir noch ein Mensch? Du Armer! Euer kleines Leben ist der Seufzer der Natur oder nur sein Echo. Ein Hohlspiegel wirft seine Schatten in die Staubwolken aus toten Asche auf eurer Erde hinab und dann entsteht ihr bewölkten, wankenden Bilder. Schaue hinunter in den Abgrund, über welchen Aschewolken ziehen. Nebel voll Welten steigen aus dem toten Meer. Die Zukunft ist ein steigender Nebel und die Gegenwart ist der Fallende. Erkennst du deine Erde? Hier schaute Christus hinab und sein Auge wurde voll Tränen und er sagte, Ach, ich war sonst auf ihr. Da war ich noch glücklich. Da hatte ich noch meinen unendlichen Vater und blickte noch froh von den Bergen in den unermesslichen Himmel und drückte die durchstochene Brust an sein linderndes Bild und sagte noch im herben Tode, Vater, ziehe deinen Sohn aus der blutenden Hülle und heb ihn an dein Herz. Ach, ihr überglücklichen Erdenbewohner, ihr glaubt ihnen noch. Vielleicht geht jetzt eure Sonne unter und ihr fallet unter Blüten, Glanz und Tränen auf die Knie und hebet die seligen Häupter empor und rufet unter tausend Freudentränen zum aufgeschlossenen Himmel hinauf. Auch mich kennst du unendlicher und alle meine Wunden und nach dem Tode empfängst du mich und schließest sie alle. Ihr Unglücklichen, nach dem Tode werden sie nicht geschlossen, wenn der Jammervolle sich mit wundem Rücken in die Erde legt, um einem schöneren Morgen voll Wahrheit, voll Tugend und Freude entgegenzuschlummern, so erwacht er im stürmischen Chaos in der ewigen Mitternacht und es kommt kein Morgen und keine heilende Hand und kein unendlicher Vater, Sterblicher neben mir, wenn du noch lebest, so bete ihn an, sonst hast du ihn auf ewig verloren. Und als ich niederfiel und ins leuchtende Weltgebäude blickte, sah ich die emporgehobenen Ringe der Riesenschlange der Ewigkeit, die sich um das Weltenall gelagert hatte und die Ringe fielen nieder und sie umfasste das All doppelt, dann wandte sie sich tausendfach um die Natur und quetschte die Welten auseinander und drückte zermalmend den unendlichen Tempel zu einer Gottesackerkirche zusammen und alles wurde eng, düster, bank und ein unermesslich ausgedehnter Glockenhammer sollte die letzte Stunde der Zeit schlagen und das Weltgebäude zersplittern. Als ich erwachte, meine Seele weinte vor Freude, dass sie wieder Gott anbeten konnte und die Freude und das Weinen und der Glaube an ihn waren das Gebet und als ich aufstand, glimmte die Sonne tief hinter den vollen purpurenen Kornehren und war friedlich den Widerschein ihres Abendrotes dem kleinen Monde zu, der ohne eine Aurora im Morgen aufstieg und zwischen dem Himmel und der Erde streckte eine frohe vergängliche Welt ihre kurzen Flügel aus und lebte wie ich vor dem unendlichen Vater und von der ganzen Natur um mich flossen friedliche Töne aus wie von fernen Abendglocken. Wenn einmal mein Herz so unglücklich und ausgestorben wäre, dass in ihm alle Gefühle, die das Dasein Gottes bejahen, zerstört wären, so würde ich mich mit diesem meinem Aufsatz erschüttern und er würde mich heilen und mir meine Gefühle wiedergeben.